Einen wunderschönen guten Tag ihr Lieben! In diesem Video würde ich euch ganz kurz die Phase des Keto-Programmes von Tag 4 bis Tag 30 erläutern. Und es ist im Endeffekt ganz einfach, so wie ich das in Video 1 und 2 schon beschrieben habe. Deine Ernährung wird jetzt zukünftig natürlich sehr gemüselastig, wir wollen ja uns gesund ernähren, ein Teil Proteine und ein Großteil gesunde Fette, wie zum Beispiel Olivenöl oder Kokosöl, Avocados, fette Nüsse. Du darfst auch mit Butter kochen, was das Ganze sehr, sehr schmackhaft macht. Und in Tag 1 bis 3 war es ganz wichtig, dann körper mal so eine Entgiftung, einfach mal komplett alles runter reduzieren. Du solltest mageres Fleisch essen, du solltest auf buntes Gemüse verzichten, das heißt nur grünes Gemüse. Und ab Tag 4 darfst du die ganze bunte Vielfalt an Gemüsesorten zu dir nehmen. Und jetzt wird es auch erst richtig spannend. Das ist im Endeffekt auch ganz einfach. Jetzt muss ich aufpassen. Hallo, es kommt gerade mein Sohn nach Hause, ich habe nicht berücksichtigt die Uhrzeit des Videos. Ich werde mich jetzt schnell kurz fassen. Ganz, ganz wichtig ist, du kannst jetzt sämtliche Gemüsesorten verbinden. Du solltest immer gucken, gesunde Fette mit in deine Ernährung bringen. 4 Stunden Verdauungspause zwischen den Mahlzeiten. Solltest du einen riesengroßen Hunger kriegen, dann ist empfehlenswert, auch mal ein Stück Käse zu essen, was ich sensationell finde. Ja, kennst du eine Diät, wo man Käse essen darf, um den Hunger zu stillen? Also ich nicht. Du kannst aber auch unsere tollen Slim Pur Sashis nehmen, dich kurz in Wasser auflösen, trinken und dann ist dein Hungergefühl weg. Ich persönlich aus meiner Sicht kann sagen, wenn du dich an diese drei regelmäßigen Mahlzeiten hältst, ist eigentlich Hunger total begrenzt. Und wichtig noch hier auch dazu erwähnen, ganz, ganz wichtig, Bewegung. Du solltest mindestens, ja, also Dr. Juchab sagt, eine Stunde am Tag. Ja, eine Stunde am Tag Bewegung, Ausdauersport, Kraftsport. Mach was, damit dein Körper da richtig in Wallung gerät und das macht was mit dir. Und das ist ein Programm, das geht vier Wochen und nach diesen vier Wochen wirst du deine Ernährung so weit umgestellt haben, dass es dir sehr, 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 sehr leicht fällt, zukünftig gesunde Nahrungsmittel zu dir nehmen und vor allem dein Gewicht zu halten, was ich immer sehr, sehr wichtig finde. Aber ich wollte euch auch jetzt noch kurz berichten, was denn passiert, wenn du zwischendurch sündigst. Das ist mir nämlich passiert am Wochenende. Wir hatten am Wochenende unsere Akademie-Tage und da sind wir samstags und sonntags in einem großen Kino, wo wir quasi lernen. Und im Kino gibt es, was Nahrungsmittel angeht, naja, eine begrenzte Auswahl. Ehrlich gesagt, für Keto war da nichts dabei. Und mir ist jetzt wieder bewusst geworden, als ich unterwegs war und natürlich vergessen habe, für mich Essen vorzubereiten, egal wo du hingehst, ob du zur Tanke gehst, ob du zum Kiosk gehst oder irgendwo schnell was essen willst oder im Kino. Also ganz ehrlich, alle schnell im Bisse oder all da, wo du schnell mal was zu essen finden kannst, ist alles auf Zucker und Kohlenhydrate ausgelegt. Sehr, sehr spannend, das mal zu beobachten. Und ganz ehrlich, Zucker und Kohlenhydrate, das ist der Tod. Das ist nicht mal nur um die Ernährung für das Wohlfühlgewicht, sondern auch wirklich für die Gesundheit. Und meine Empfehlung ist, wenn du weg bist und bist angewiesen auf einen schnellen Snack, nimm dir immer eine Beutel Nüsse mit zum Beispiel, ja. Also unbehandelte Nüsse, natürliche Nüsse, Walnüsse, Macadamia-Nüsse, Paranüsse, auch Erdnüsse sind da ganz hilfreich. Aber bitte ohne Salz und alles natürlich nicht kandiert, nur logischerweise. Das ist immer hilfreich für den schnellen Snack. Ich habe mir gedacht, naja, gekochte Eier helfen auch. Oder einfach, du kochst dir was, bereitest dir vor. Grundsätzlich aber Restaurant fand ich wieder toll. Also wenn man im Restaurant bestellt, kannst du dein Gericht wirklich perfekt auf Keto einlassen. Du musst einfach nur die Pasta, die Kartoffeln, alle Kohlenhydrate weglassen, dir ein schönes Steak mit Gemüse oder Salat, whatever. Sensationell. Also das konnte ich austesten. Muss jetzt aber auch sagen, zwei Sachen. Zum einen habe ich zu wenig gegessen. Das hat mich in furchtbaren Hunger getrieben. Sodass ich bei allen Kollegen, die irgendwas gekaut haben, keinen Keto gemacht habe, Banane abgebissen, hier von einem Shake getrunken. Also ich habe tatsächlich in den drei Tagen bescheiden gegessen. Ich muss es zugeben, ich gehöre nicht zu diesen Ernährungstanten, die jetzt hier erzählen, ich bin der Profi, ich mache alles richtig, nee, ich mache alles falsch. Und ich hatte furchtbaren Hunger. Warum? Weil ich natürlich auch mein Keto-Pulver nicht genommen habe, das mir hätte helfen können, um den Hunger ein bisschen in den Griff zu kriegen. Von daher habe ich zwischendurch genascht. Und ich habe am Abend mit meinem Team zusammengesessen und natürlich ein Glas Prosecco wäre auch drin gewesen, aber bei mir waren es, ich muss zugeben, drei. Und auch das ist natürlich für das Keto-Programm nicht perfekt. Das heißt, halte ich wirklich vier Wochen an den Plan, wenn es dir ernst ist mit dem Abnehmen, ja. Ich teste nur und ich teste alles. Ich mache Fehler, bewusste Fehler, um euch und meinen Kunden noch mitzuteilen, wie es funktioniert und was eben nicht funktioniert. Also drei Glas Sekt bringt deinen Keto-Rhythmus dich definitiv aus, dem Rhythmus. Solltest du also mal sündigen, empfehle ich dir, wie ich das Video 2 letzte Woche gesagt habe, Intervallfasten. Dann guck wirklich, wann war die letzte Mahlzeit? 16 Stunden mal nichts essen, ja, am besten über Nacht. Und dann kannst du ganz schnell wieder in diese Keto-Phase einsteigen, dann fällt es dir leichter und die kleinen Sünden kannst du wieder abbauen, solltest du aber nicht ständig machen. Und das wären jetzt soweit meine Tipps. Und viele Anfragen erreichen mich wegen Rezepte. Meine Lieben, ich bin nicht dafür da, euch Kochrezepte zur Verfügung zu stellen. Glaubt mir, ich koche tatsächlich gut. Wer hätte das gedacht? Aber ich bin eine aus dem Bauch Kocherin, ja. Bei mir gibt es nichts nach Rezept. Ich kann euch aber empfehlen, schaut doch einfach mal in der Bücherei. Da gibt es unglaublich tolle Kochbücher über Keto. Es gibt viele Varianten, auch die Gemüse-Variante finde ich ganz toll. Ich möchte euch jetzt nicht ein einzelnes Buch empfehlen, weil wer bin ich, um da jetzt einfach nur eins rauszufischen. Da draußen gibt es großartige Recherchiert, kostet ja nicht viel Geld, macht aber viel Sinn, weil ihr da wirklich tolle Kreationen bekommt und wirklich Keto-Ernährung. Ich bin der absolute Fan davon. Ich fliege am Freitag in die USA und ich bin sehr gespannt. Das Land, der definitiv, ja, ich glaube, die meisten Übergewichtigen dort, und auch Kohlenhydrate und schlechte Fette werden. Zucker wird da sehr, sehr, sehr stark gegessen. Ich bin gespannt, wie ich in dieser Zeit mit Keto zurechtkomme, wird euch darüber auch berichten. In diesem Sinne, wenn ihr bei mir ins Programm einsteigen möchtet, meldet euch gerne bei mir oder bei einem eurer Berater eures Vertrauens. Wenn du Lust hast auf ein großartiges Business mit unglaublich viel Spaß, Leichtigkeit dabei, schöner, schlamper und noch hübscher werden willst, dann melde dich gerne bei mir. In diesem Sinne, have fun!